BITTE SPECIAL BITTE SPECIAL UND 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 YEAAAAAAH UND WAAAAS YEAAAAAAH ENDLICH So Leute, wir sind jetzt wieder hier am Start, ihr wolltet es, ihr kriegt euren Part 3 vom Real Life Opening Und ja, ihr seht, meine Handcam ist auch wieder am Start, meine wunderschönen Finger sind also auch wieder da Und ja Leute, ihr habt den Titel richtig gelesen, wir werden heute in diesem Opening einfach versuchen, jeden Special Skin zu ziehen Beziehungsweise alle Holos zu ziehen, denn Leute, ich hab hier auch schon was vorbereitet Und zwar seht ihr hier einmal, ja ich sag mal so ein eingeschweißtes Kartenheft Die ein oder anderen von euch sollten das vielleicht kennen, wenn ihr auch Sammelkarten sammeln solltet Und ja, die ganzen Karten sind jetzt nicht geordnet, aber ihr seht Leute Ich habe hier einfach mal unsere ganzen Special Skins reingemacht, Leute Damit die einfach nicht draußen verstauben, sondern hier schön geschützt sind Ihr seht, wir haben hier auf jeden Fall den Inferno Dragon, Seita Shogun, Captain Godhurt Also wirklich alle möglichen Skins, auch in der letzten Folge, haben wir ja oben hier, Leute Einmal den Ehrenbruder hier gezogen, Leute Und zwar einfach mal den Nudisten Skin, Leute, ihr kennt ihn Der Skin ist auch unnormal krass und ist bis dato auch der seltenste Special Skin, den wir haben, Leute Der war unnormal schwer zu ziehen Diese Herausforderung werden wir heute einfach nochmal toppen Denn ich möchte heute jede Holo-Karte ziehen, Leute Ihr seht, ich hab hier auf den nächsten Seiten hier überall mal unsere Holos reingemacht Ihr seht, Leute, hier ist seitenweise einfach alles voll mit Holo-Karten So, aber ich glaube, das genau müsste jetzt hier die letzte Seite gewesen sein Das heißt, wir haben auf jeden Fall stabile 1, 2, 3, 4 volle Seiten mit Holo-Karten Und falls ihr Bock auf einen Part 4 haben solltet, wo wir alle Karten ziehen Also dann auch diese ganzen Karten hier, Leute, in das Heft reinmachen Ihr seht, das sind unsere ganz normale Karten hier Und wenn ihr Bock auf einen Part habt, wo wir jede normale Karte, also wirklich das komplette Set voll machen Lasst auf jeden Fall jetzt mal ein Like da und ein Abo, Leute Dann weiß ich, ihr habt Bock auf einen Part 4 Aber jetzt steht erst mal Part 3 an, wo diese ganzen Karten hier noch geöffnet werden müssen, Leute Ihr seht, wir haben immer noch extrem viele übrig Alle werden wir heute nicht schaffen, deswegen, wie gesagt, wir müssen ein Part 4 eigentlich machen Ich gebe auf jeden Fall Mühe, heute so viele Packs wie möglich aufzumachen Deshalb, Leute, lasst uns jetzt nicht lang um den heißen Brei hier labern Ich würde sagen, wir nehmen uns die ersten Packs Und dann geht's auch direkt los mit dem ultimativen Real-Life-Opening, Leute Let's go! So, Leute, das sind jetzt die ersten Packs, die wir öffnen werden Ihr seht, das ist eine jede Menge, das sind genau 20 Packs Und die, würde ich sagen, öffnen wir jetzt gemeinsam Aber da das Part 3 ist und wir uns jetzt langsam schon ein bisschen auskennen Würde ich sagen, machen wir heute hier wirklich einen Speedrun, Leute Wir holen hier uns direkt das erste Booster raus Und schauen uns hier die allerersten Karten einmal gemeinsam an Wir haben als allererstes einen seltenen Skin Das ist an sich schon mal eine ganz gute Karte Auch direkt nochmal ein seltener Skin Dann leider nur ein ungewöhnlicher Skin Jetzt kommen wir zur vorletzten Karte 3, 2, 1, bitte ne Holo, bitte ne Holo Und, ja, okay, das macht irgendwie grad wenig Sinn, weil in jedem Pack ne Holo ist Aber leider nur eine legendäre Holo und keine Special Holo Trotzdem kommt die Karte jetzt erstmal ins Heft rein Und der Rest kommt erstmal zur Seite So, dann kommen wir auch direkt zum nächsten Pack Vielleicht haben wir jetzt hier ein bisschen mehr Glück Und ziehen eventuell direkt ne Holo-Karte Das wär unnormal krank So, dann drehen wir das Ganze mal um und kommen zum nächsten Pack Wir haben jetzt hier einmal nen epischen Skin Das ist an sich ganz okay Dann leider ein ungewöhnlicher Skin Aber egal, ich glaube, der könnte eventuell auch neu sein Und sehr stark Ein neuer, legendärer Skin Insight Out Bin ich mir gar nicht sicher, ob wir den haben Das ist an sich schon mal gar nicht so schlecht Dann als nächstes Haben wir wieder einen seltenen Skin Und jetzt wird sich entscheiden, ob wir einen neuen Special Skin ziehen In 3, 2, 1 Und... Was?! Let's go! Sehr nice! Bam! Leute, einfach ein Special Skin Leider Captain Goldhild und somit leider auch wieder ein Duplikat Aber ihr wisst, Special geht über alles Das heißt, den machen wir vorsichtig Auf jeden Fall auch erstmal ins Heft rein Also ich muss sagen, auch wenn wir ihn schon haben Ist es immerhin ein Special Skin Aber das hält uns trotzdem nicht davon ab Direkt das nächste Booster zu öffnen In der Hoffnung, dass wir heute endlich mal Den Blitz Ninja ziehen, Leute Das heißt, wir kommen zum nächsten Booster Haben jetzt hier einen epischen Skin Dann jetzt einen legendären Skin Dann nochmal Try Bones Ein sehr nicer, epischer Skin, wie ich finde Und ich glaube, ich hab's aus Versehen schon geleakt Ja, wir haben hier leider wieder nur eine legendäre Holo Haben wir leider auch schon Kommt dennoch ins Heft rein, Leute Also, ähm, ja, ich sag euch ehrlich Ihr müsst hier jetzt immer den Likes eskalieren Ich hab gehört, wenn jetzt alle Leute einen Like da lassen Ziehen wir im nächsten Booster deinen Special Skin Habt ihr gehört? Also, lasst jetzt alle einen Like da Ich hoffe, es kommt jetzt ein Special Skin, Leute Ansonst, Leute Ich hab auch gesehen Irgendwie 90% meiner Zuschauer Haben einfach den Kanal nicht abonniert Also, Leute Falls ihr noch nicht abonniert haben solltet Dann abonniert auch mal sehr gerne Und dann würde ich sagen Schauen wir uns auch direkt mal das nächste Pack an Wir haben jetzt hier den Deep Driver Skin Ist okay Mrs. Meow Ähm Ist ein sehr nicer Skin Auch hier oben, Leute Ihr seht es wieder mit dem Picky Mode Äh, aber leider haben wir den Skin auch schon Dann jetzt hier das gute, alte, bekannte Warzenschwein Und jetzt einmal die vorletzte Karte Und sehr geil Let's go Leute, eine neue Holo-Karte Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher Dass wir diese Karte noch nicht haben Falls ich mich täuschen sollte Dann lass mich das in den Kommentaren wissen Aber laut meinem Stand müsste das eine neue Karte sein Deshalb kommt die auf jeden Fall auch ins Heft rein, Leute Und die kommen auch wieder erstmal zur Seite So, dann würde ich sagen Schauen wir uns auch direkt das nächste Pack an Einmal auf damit Ich schwöre, ich liebe das Geräusch Auch wenn man Packs aufmacht, Leute, ne Es ist so unnormal geil Wir haben als allererstes einen neuen, legendären Skin Super Game mit dem Umarmungs-Emote Kommt erstmal zur Seite Dann als nächstes leider irgendein hässliger, epischer Skin, Leute Feier ich nicht so Ein ungewöhnlicher Skin Warum ist die Karte auch schon wieder umgedreht hier? Ich check das System irgendwie auch nicht ganz Aber, äh, auch hier, ja, feier ich gar nicht Dann als nächstes hier einmal das Merry Skeleton Aber leider ohne Special Emote Und zu guter Letzt haben wir Haben wir eine Holo-Karte Aber den Clowman haben wir leider auch schon Aber egal Kommt trotzdem einmal in unsere Hülle rein So, dann würde ich sagen Geht's auch direkt ab zum nächsten Booster Und dann öffnen wir das Ganze einmal Und wir haben als allererste Karte wieder Ein episches Skin Den Ehrenbruder Maximus Aber den haben wir gefühlt auch schon 10 Mal gezogen Vor allem hat der oben den Kack-Emoji Der kommt auf jeden Fall erstmal zur Seite, Leute Dann haben wir den Clown Ich glaube, der Clown ist auch ein neuer Skin Auf jeden Fall kommt der auch zur Seite Und Let's go Sehr, sehr geil Ich glaube, wir haben hier einen neuen, legendären Skin Ich glaube, den Gingerbread-Gay-Skin Haben wir noch nicht gezogen Sehr, sehr geil Auch oben mit dem Umarmung-Special Emote Ich würde sagen, den müssen wir uns auf jeden Fall gut zur Seite legen Ja, dann haben wir jetzt hier noch einmal den Capybara Und zu guter Letzt haben wir LOL LOL Einfach passend, Leute In einem Pack Einmal die Holo-Karte vom Gingerbread-Gay-Skin, Leute Und dann noch einmal hier Gingerbread-Gay, Leute Also ihr seht Einmal das Paar in einem Pack Und nochmal geil Kommt auf jeden Fall auch beides zur Seite Natürlich kommt die Holo mit in unsere Verpackung rein Und dann würde ich sagen, kommt hier auch was zugeflogen Und zwar das nächste Pack, Leute Das wird hier auch einmal aufgerissen Oh, das war ein sehr schönes Geräusch So, komm her, Junge So, ich glaube, an der Stelle, Leute Wird es jetzt mal Zeit irgendwie Wir brauchen jetzt einen kleinen Glücksbringer Weil ich hab irgendwie bemerkt Irgendwie war kein Special Skin drin So wie angekündigt Das heißt Wir müssen jetzt alle gemeinsam beliefen Wir pusten jetzt, Leute Habt ihr alle mitgepustet? Wenn ja Muss jetzt hier ein Special Skin drin sein, okay? Drei, zwei, eins Und wir drehen das Buster einmal um Und wir kriegen zu Beginn auf jeden Fall direkt Ein Fußball-Lion-Skin Sehr, sehr geil Legen wir zur Seite Dann der Goblin-Meg Darf natürlich auch nicht fehlen Dann jetzt der Olaf-Sohn-Skin Weiß ich nicht Ja, Anub ist, glaube ich, auch neu Und jetzt wird sich alles entscheiden Drei, zwei, eins Bitte ein Special Und... Was? Es ist einfach wirklich ein Special Skin Niemals Okay, jetzt ist die Frage, Leute Ist es ein neuer Oder ist es leider wieder ein Duplikat? Das Ganze wird sich jetzt zeigen, Leute In drei Zwei Als Bitte ein neuer Bitte ein neuer Bitte ein neuer Und... Yeah Yeah Endlich Oh mein Gott Oh mein Gott Bro Niemals Was? Was? Nach ungefähr 250 Karten Haben wir ihn endlich, Leute Oh mein Gott Oh mein Gott Eins Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Dann hier sind zwei drin Sieben Acht Neun Zehn Plus Käpt'n Geutet von eben elf Wir haben nach elf Special Skins, Leute Jetzt endlich den Blitz Ninja gezogen Bedeutet, das ist der seltenste Special Skin Und damit gehört ihr auf jeden Fall hier rein, Leute Das heißt, wir machen am besten einmal hier eine doppelte Karte raus Also der war sogar hier drin Also ihr seht, wir haben den auch dreimal Äh, das heißt, wir müssen den auch nochmal wegmachen Und dann kommt jetzt hier unten unser geehrter Blitz Ninja rein, Leute Also ich glaube, ich würde vermuten Ich habe jetzt schon ungefähr für so roundabout 350 Euro Packs aufgemacht, Leute Wenn das reicht Ich meine, wir haben immer noch eine Menge übrig, Leute Aber wir haben den Blitz Ninja nach 350 Euro gezogen Ihr müsst euch mal überlegen, wie viel Geld das ist, ne Aber Leute, wir dürfen uns nicht ablenken lassen Äh, wir müssen auf jeden Fall hier einmal das nächste Booster öffnen Also ich hätte nichts dagegen, wenn das mit dem Glück so weitergeht, Leute Also auf jeden Fall, ich sage euch ehrlich Dass wir gerade alle gemeinsam gepustet haben Hat unnormal viel Glück gebracht Deswegen lasst doch jetzt auf Ehre alle mal ein Like da, Leute Vielleicht haben wir direkt den nächsten Special Skin Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einmal an Und zwar drehen wir das Ganze einmal um Wir haben als allererstes die Queen Äh, ja, kommt zur Seite Dann der Pharao kommt auch zur Seite Jetzt einen, äh, ungewöhnlichen Skin Und zu guter Letzt haben wir leider nochmal den, äh, Glowman an der Stelle Haben wir gefühlt auch schon zehnmal gezogen Kommt aber trotzdem einmal in unsere Verpackung rein So, das heißt, wir kommen zum nächsten Booster Wir haben noch ein paar vor uns Deshalb, Leute, wir müssen jetzt hier Speedrun machen Dass wir alle Booster, äh, dass wir es schaffen Alle Booster zu öffnen Ähm, ja, wir haben hier als allererstes Auf jeden Fall Ich kann das schon wieder umgedreht Was soll das? Äh, einmal hier den Disco Bra- Der, Derriuskin Dann als nächstes einmal diesen komischen Ritter da Dann einmal den epischen, komischen Samurai, Leute Den würde ich sagen, legen wir auch zur Seite Dann haben wir jetzt Cleopatra Und zu guter Letzt Haben wir nochmal den Shogun Master, Leute Er ist ja auch kein neuer Skin Also haben wir auch schon Deshalb kommt er auch erstmal in unsere Verpackung mit rein Aber wir schnappen uns direkt das nächste Pack Und das ging auch sehr schön auf direkt Ich glaube, Leute Wir müssen jetzt nochmal die Puste-Taktik machen Wir müssen nochmal die Puste-Taktik machen, Leute Drei, zwei, eins, alle Pusten Special Skin Special Skin Okay, Leute, passt auf Jetzt Ja, es fängt wieder gut an Inside Out Ich glaube, das könnte ein gutes Zeichen Für ein Special Skin sein, Leute Den Deep Diver nochmal Okay Jetzt nochmal seltener Skin Und vorletzter Skin Und Ja, okay, Leute Ihr habt nicht genug gepustet Es ist leider nur der Cyborg-Skin hier Es sieht zwar auch unnormal nice aus, wie ich finde Hier, also die Karte sieht auch so krass verarbeitet aus Aber leider kein Special Skin Bedeutet, wir schnappen uns irgendeinen Pack Und ich glaube, wir machen diesmal so, Leute Wir nehmen uns einfach mal drei Packs Und machen jetzt Ene-Mene-Muh Ene-Mene-Muh Raus bist du noch lange nicht Sag mir erst, wie alt du bist Wir haben drei Packs Eins, zwei, drei Ist noch kein langes Wort Und du fliegst fort Okay, das heißt, wir haben noch zwei übrig Ich bin Rechtshänder, deswegen nehmen wir Links Genau Leute, ich würde sagen, wir öffnen damit einmal das nächste Pack Drückt mir alle mal die Daumen Dass wir hier jetzt schöne neue Karten drin haben Und es geht los mit der Stumble Queen Hoffentlich ein neuer Special Skin, Leute Und es geht weiter wie dieser komische Diskotyp Junge, ich raste hier noch aus Warum verfolgst du mich, hä? Junge Anubis Sehr stark Und, ja, ich hab's geliegt Und es ist Der, den Skin hab ich schon zehnmal jetzt, ne? Dieser komische Geist verfolgt mich auch Kommt auch zur Seite Mann, so ein Müll So, Leute Jetzt müsst ihr entscheiden Links oder rechts Welches Pack sollen wir öffnen? Ihr müsst jetzt in die Kommentare schreiben Links oder rechts? Ihr kriegt drei Sekunden Okay, da die meisten Rechtshänder sind Mache ich jetzt umgedrehte Psychologie Deshalb haben wir auch logischerweise mehr rechts Das heißt, wir öffnen das rechte Pack Ganz einfach Junge, das Pack ging übel schwer auf Meistens gehen die Packs schwer auf Wenn da ein Special Skin drin ist, Leute Weil die extra gut verschweißt sind Das heißt, ihr müsst jetzt alle wieder die Daumen drücken Dass wir einen neuen Special Skin haben, Leute Wie gesagt, unser Ziel heute Alle Holos ziehen Äh, ja Als allererstes den komischen Polarbär Schade Marmelade Äh, Dry Bones Ja, auch schon zehnmal gezogen gefühlt Äh, als nächstes haben wir Äh, Wanderer Und wir haben Ja, es ist leider nur der Stumble Stein Äh, aber erstmal Würde ich sagen Öffnen wir das nächste Pack einmal Und ich glaube, Leute Wir machen jetzt mal folgendes Soll auch Glück bringen Hab ich gehört Und zwar soll man die Karten einfach mal mischen Und wenn man die Karten mischt Hab ich gehört Soll sich auf jeden Fall das Glück Äh, ich sag mal Vermehren Oder verbessern Ein Special Skin zu ziehen Wir haben jetzt hier die Karten Auf jeden Fall gut durchgemischt Und ich würde sagen Leute, wir drehen das Pack jetzt mal um Vielleicht haben wir ja eine Special Skin 3, 2, 1 Und Okay Jetzt kann der Skin jederzeit kommen, Leute 3, 2, 1 Wir haben als nächstes Und Okay Es ist erstmal ein ungewöhnlicher Skin Nächster Skin 3, 2, 1 Und Lol Immer noch keine Holo 3, 2, 1 Jetzt aber Was? Die Holo kommt einfach zum Schluss trotzdem Lol Und Bitte Special 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 Oh, ich dachte kurz Es ist leider noch eine Holo-Karte, Leute Und es ist der Nian Beast Skin Äh, auch ein nicer Skin Aber trotzdem kein Special Skin Was ist hier los? Mensch, Leute Wir haben hier noch Noch 4 Packs vor uns Äh, also Die Frage ist Welches nehmen wir jetzt? Leute, wisst ihr? Meint ihr, wir kriegen es hin 2 Packs gleichzeitig zu öffnen? Dass wir auch Glück bringen Passt auf Und Ich glaube Lol Ich glaube Wartet Ja Wir haben es geschafft 2 Packs gleichzeitig zu öffnen Okay Passt auf Wir machen das jetzt so, Leute Das wird das Hier muss jetzt Special Skin drin sein Denn wir nehmen uns jetzt die Karten aus dem ersten Booster Plus die Karten aus dem zweiten Booster Und jetzt nehmen wir einmal die letzte Karte aus dem Und die letzte Karte aus dem Legen die jetzt übereinander Und die 2 Holos kommen zum Schluss, Leute Das heißt, wir öffnen jetzt 2 Booster komplett hintereinander Ihr seht, Leute Das sind auf jeden Fall einige Karten Die wir jetzt hier gemeinsam öffnen Also lasst dafür auf jeden Fall nochmal einen Like da, Leute Ich würde sagen Wir drehen das Ganze jetzt einmal um Und dann würde ich sagen Kommen wir zum ersten Skin Und ich glaube Das ist sogar auch ein neuer Skin Ich glaube Wir haben noch keinen weißen Fuchs bisher gezogen Das ist schon mal sehr, sehr gut Dann als nächstes Meow Skin Haben wir leider schon Äh, Wanderer Skin Haben wir auch Stumble King Haben wir auch Hä, das sind alle Skins, die wir schon haben gerade Hier, hier kommt echt nur Müll Episch Dann ungewöhnlich Dann jetzt hier der Stumble King Okay Erste Holo, Leute Erste Holo ist der Golden Clove Skin Ist, glaube ich, auch neu Wenn ich mich nicht täusche Und wir kommen jetzt zur letzten Holo So in 3, 2, 1 Bitte Special Bitte Special Und, 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 und Ja Special Sehr geil Und welcher Skin ist es, Leute Welcher Skin ist es 3, 2, 1 Und es ist Es ist einfach mal Der Sai Tai Shogun Ja, Leute Also auch hier leider Haben wir schon sehr, sehr oft Ähm Aber, Leute Trotzdem haben wir Mit unserer Taktik Einfach einen neuen Special Skin bekommen Sehr, sehr, sehr geil Kommt deshalb auch auf jeden Fall Gleich in unsere Hülle mit rein Aber, Leute Ihr wisst, wir haben noch Zwei Booster übrig Ich würde sagen Wir machen hier Speedrun, Leute Öffnen das vorletzte Booster Auf jeden Fall Wenn jetzt hier im vorletzten Beziehungsweise letzten Booster Nochmal ein Special Skin Drin sein sollte Haben wir alles abgerockt Ansonsten, glaube ich Müssten wir es sogar geschafft haben Heute fast alle Holos zu ziehen Also ich glaube Wir haben den Blitz Ninja gezogen, Leute Und wir haben extrem viele neue Holos Trotzdem auch gezogen Also sehr, sehr, sehr erfolgreiches Opening Heute Äh, ich gehe die Skins auch mal jetzt hier Durch, Leute Selten Trybones Und Waaaaaas Wahrscheinlich haben wir zwei Special Skins hintereinander Zwei Special Skins Direkt nochmal den Skeletal Dragon, Leute Sehr, sehr, sehr geil Digga Einfach die zwei Special Skins hintereinander gezogen Was ist das hier heute für ein Opening Wir haben heute, ich glaube, schon vier oder fünf Special Skins gezogen Und davon war ja einer auch einfach mal der Blitz Ninja, Leute Ihr seht's Oh mein Gott Der, das Opening lief so krass heute, ne Wir haben jetzt das letzte Pack, Leute Wenn ihr jetzt nochmal alle richtig übertreibt Lasst alle nochmal ein Like und ein Abo da Vielleicht haben wir Glück Und wir ziehen jetzt im letzten Booster für heute Auch nochmal nen Special Skin Dann hätten wir hier heute alles abgeräumt, Leute Wir haben heute sehr viele neue Holos gezogen Wir müssten fast Oder wir müssten sogar alle Holos haben, Leute Äh, und dann haben wir einfach auch Äh, den Ehrenbruder Blitz Ninja gezogen Es ist so krass, Leute Ja, ich würde sagen, Leute Wir machen vorsichtig Weil wir sind eben sehr schnell durchgegangen Und auf einmal kam nen Special Skin Aber bisher sieht es eigentlich ganz normal aus Ich glaube, vorletzter Skin und let Waaaaaas Vorbei Was geht hier ab? Wir haben nochmal einen Special Skin Niemals Abbruch Vorbei Vorbei Das war's, Leute Dieses Opening heute War das krasseste Real-Life-Opening aller Zeiten Und das war alles, weil ihr heute so eskaliert seid Und alle geliked habt Also um euch das jetzt nochmal zu zeigen Das sind alle Special Skins Die wir heute einfach mal gezogen haben, Leute Fünf Stück Und wir haben gerade drei hintereinander gezogen am Schluss Die letzten drei Packs Einfach drei Special Skins, Leute Wenn ihr alle Bock habt Auf einen Part 4 Wo wir nicht nur jede Holo ziehen Sondern wo wir das komplette Pack voll machen Also alle Seiten füllen, Leute Und jeden Skin, also wirklich jeden Skin ziehen Dann lasst auf diesem Video einfach richtig viele Likes da Abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare einfach Hashtag Part 4 Und dann weiß ich Wir machen noch ein Opening Und jetzt würde ich erstmal sagen, Leute Soll es das mit dem Video gewesen sein Lasst ein Like und ein Abo Da habe ich jetzt schon zehnmal gesagt Deswegen würde ich sagen Leute, wir sehen uns einfach morgen im nächsten Video Bis dahin Ich bin raus Ciao